Ja, in diesem Video geht es um Rundfunktechnik, die analoge alte Rundfunktechnik. Ich habe mir da ein bisschen was dazu gedacht. Schauen wir es uns doch mal an. Langwelle, Mittelwelle, Kurzwelle. Langwellensender wurden abgeschalten, Mittelwellensender wurden abgeschalten. Kurzwelle regt sich zwar in gewisser Weise wieder was durch das Anmieten von offiziellen Sender durch Privatpersonen, aber im Großen und Ganzen im Bilde der Öffentlichkeit ist es so ein bisschen in der Versenkung verschwunden, könnte man sagen. Trotzdem ist ja die Rundfunktechnik an sich, die analoge Radiotechnik, ein interessantes Thema, ein interessantes Hobby. Ich vergleiche es immer gern mit den Modellbahnen. Es ist ein Hobby, wo man sehr viel Geld anstecken kann, wo man sehr viel Freude und Unterhaltung haben kann, auch Freunde finden kann, aber das Problem ist halt bei der Modellbahn, man kann es vielleicht, vielleicht wurde es irgendwann mal angewandt, um ein Modell zu bauen für eine größere Bahn, aber es hat so gesehen, wie die Rundfunktechnik in die analoge Technik nicht mehr so viel Interesse oder Nutzen im öffentlichen Bereich. Nun ja, trotzdem existieren ja diverse Schaltungen vom Detektorempfänger über Audion bis hin zum modernen Superhead. Natürlich sind heute gerade mit DSP ausgestattet, aber die gute Sache an der Analogtechnik war das Superhead. Es hat die beste Empfangsleistung, es hat den größten Komfort zur Bedienung und dementsprechend wollte ich halt einfach mal ein bisschen was machen. Ich habe mir überlegt, wenn jemand mal das machen würde, dass einfach ein Workshop sozusagen entsteht oder einfach das Superhead mal behandelt werden soll, wie könnte man das machen. Und da bin ich jetzt auf die Idee gekommen und habe ein bisschen gearbeitet, ein bisschen eigentlich schon einige Tage, weil ziemlich viel Arbeit war, das zu bauen und habe hier sowas zusammengebaut. Ihr seht schon, hier ist mal eine Beispielschaltung für ein Superhead. Die Platine ist auf einem Holzbrett montiert und unterhalb von dem Holzbrett ist ein Karton, also es ist sehr weich, da stehen keine Nägel oder so raus, das kann man auf eine glatte Unterfläche stellen und fest verbunden und mit Zugentlastung ist ein Lautsprecher. So, schauen wir uns mal die Platine noch ein bisschen genauer an. Die Platine hat hier, wie man sieht, aufgemalt verschiedene Sachen eingegrenzt, zum Beispiel den AF-Amp, den Audioverstärker, die AGC-Schaltung, die Automatic Game Control. Es gibt die beiden bekannten Kontrollen, es gibt Lautstärke an, aus sowie Frequenz. Und hier gibt es weitere Bereiche in diesem Superhead, bei diesem Superhead. Wir haben natürlich die Vorselektion hier, Pre-Selection. Ich habe das Ganze englisch gemacht, weil es sehr oft international ist. Sehr oft sind diese Begriffe international. Pre-Selection ist die Vorselektion, dann haben wir Tuned und Untuned, also unabgeglichen und abgeglichen. Dann haben wir den HF-Verstärker, den Mischer, erste ZF, zweite ZF, Demodulator ist hier unten noch irgendwas, das sich noch versteckt. Hier unten Demod, Demodulator. Und hier haben wir den LO, der bestimmt, welche Frequenzen wir empfangen. Wir können hier sehr tief empfangen, zum Beispiel mit der Spule, das 49 Meter Europa-Band oder sehr hoch mit der unteren Spule und dem Quarz, wobei das Quarz jetzt aktiv ist, das CB-Band oder auch Teile des 10 Meter Amateurfunk-Bands. Und die beiden Spulen hier sind ungefähr in der Mitte des Kurzweilen-Bandes. Es gehen also diverse sind daher. Ihr seht schon, dass hier oben so ein Teil ist, ein Teil zum Festschrauben und dazu passend gibt es eine festschraubbare Antenne. Die hier mit der Schraube dann, seht ihr schon, kann man die Schraube dann reinschrauben. Nur die Antenne ist jetzt ein bisschen zu lang, die ist ungefähr einen halben Meter, sowas lang. Die ist zu lang, dass ich die jetzt da reinschrauben kann gut und es euch zeigen kann, weil es sonst ein bisschen im Weg ist, weil mein professionelles Stativ besteht wieder aus zwei Kartons, auf die ich das Tablet draufgelegt habe. So, ich habe keinen Tablethalter außer zwei Kartons. So eine Platine sieht unbestückt so aus. Also wenn ich so einen Workshop mache, könnt ihr auch so eine Platine machen. Natürlich macht es Sinn, zuerst auf die Platine alles drauf zu malen, was wo ist und dann die Teile einzulöten und nicht andersrum. So, natürlich kann der Sender, äh der Empfänger, kann natürlich die Kurzweilen-Frequenzen empfangen, die offiziellen Sendungen. Es gehen diverse Sender her. Die Empfindlichkeit ist mit der eines einfachen Weltempfängers zu vergleichen, aber um authentische Experimente zu machen und nicht immer auf die Ionosphäre und die Sendezeiten der Kurzweilen-Sender sich verlassen zu müssen, gibt es auch einen Prüfsender. Dieser kleine Prüfsender sendet auf 27,005 Megahertz. Er kann also auf den 27,005 Kanal 4 empfangen werden in AM. Die Sendeleistung ist von sehr wenig, einem einstelligen Milliwatt-Bereich müsste das sein, bis auf vielleicht 30 oder 40 Milliwatt. Ich habe es nicht wirklich gemessen, da kein Bedarf da ist es zu messen. Aber die Sendeleistung ist in diesem Rahmen regelbar und sollte im Zwecke der Experimente im entsprechenden geringen Bereich eingestellt werden. Ja, momentan ist er auf die minimale Sendeleistung justiert, macht also sogar kaum Leistung, aber das ist ja auch der Sinn der Sache. Das Mikrofon ist jetzt aktiv, das heißt, dass ich jetzt gerade spreche, wird jetzt auf 27,005 gesendet. Meine Sprache ist da zu hören, aber man kann auch eine Klinkenstecker-Connection herstellen. Mit dieser Connection kann man dann einen Kassettenspieler zum Beispiel anschließen und dann Ton von einer Kassette übertragen. Auch hier ist der Sender, wie man sieht, in verschiedenen Teile eingeteilt, die in den Anleitungen Mehrzahl erklärt werden. Die Anleitungen sind noch handgeschrieben. Seht ihr hier mehrere DIN A4-Seiten vollgeschrieben mit Erklärungen zu den verschiedenen Funktionen, zu den verschiedenen Stufen. Schauen wir mal, was ist hier. Hier haben wir zum Beispiel jetzt den Schallplan, Teile davon für den Sender. Da bin ich ziemlich lang drangesessen, das zu zeichnen. Und genial, das waren ein paar Tage und jeden Tag ein paar Stunden zeichnen. So, gut, auch für den Sender gibt es eine Antenne natürlich, das macht ja Sinn, wir wollen ja nicht ohne Antenne senden und auch in Bezug auf Lerneffekt gibt es hier einiges zu tun. Wir können also hier eine Antenne anstecken. Die kann man da draufstecken. Das ist eine kleine DART-Antenne, das ist nicht besonders lang. Wie lang wird die sein? 25 cm, 20, 25 cm vielleicht. Aber das reicht ja, um die Übertragung herzustellen. So, natürlich möchte ich das Gerät auch vorführen. Ich möchte euch zeigen, wo der Umschied zwischen einem unabgeglichenen Eingangskreis ist, der generell einfach sozusagen das ganze Kurzwellenband mehr oder weniger auf den Verstärker weiterleitet und auf einen vorabgeglichenen Eingangskreis, einer sogenannten Vorselektion, die schon einen besseren Empfang und eine Verstärkung in Anführungszeichen mit sich bringt. Denn man hat hier einen Kompromiss. Ich habe jetzt hier eine Spule drin, die recht groß ist vom Wert, die ist auf 27 MHz nicht mehr so gut, aber geht dafür über das ganze Kurzwellenband. Wenn ich jetzt eine kleinere Spule einbaue, dann wäre die über 27 MHz vielleicht gut, aber 27 MHz gut und bei tieferen Frequenzen wieder schlecht. Naja gut, ich habe jetzt den Sender hier werde ich jetzt nehmen und werde den mit dem Audio-Kontakt, Audio-Stecker verbinden. So, ich habe jetzt den Sender außerhalb der Kamera mit dem Walkman verbunden und da muss ich natürlich die Antenne noch da machen an den Empfänger. Ganz ohne Antenne geht es zwar auch, aber nicht zum vorführen. So, jetzt ziehe ich hier die Antenne, ich habe sie jetzt umgebogen, mal so reinhängen, hoffentlich hebt die. Ja, die hebt. So, die Antenne ist es nur provisorisch, wie ihr seht, hier reingehängt. Also nicht festgeschraubt, aber ja, es ist wie gesagt alles so ein bisschen mit dem sehr begrenzten, ungefähr 30 cm hohen Kamerabereich ist das alles so ein bisschen so eine Sache. So, ich habe sie hier abgebogen, die Antenne und da reingehängt. Gut, dann schalte ich einfach den Empfänger mal an. Ich muss jetzt hier nichts abgleichen, da unten der Quarz, denn ist nun der Quarz quasi die Frequenz, die er empfängt, vorgibt. Er empfängt jetzt fest 27 MHz. Das heißt, auch wenn die Batterie leer gehen würde oder sich die Temperatur ändert, der bleibt frequenzstabil, der verstellt sich nicht. Man könnte aber auch sozusagen hier den vierten Bereich auswählen und dann mit dem Frequenzrad die entsprechende Empfangsfrequenz einstellen. So, ich starte mal die Wiedergabe. Ja, man hört da nichts. Wahrscheinlich ist die Kassette gerade zu Ende oder gerade am Anfang. Ich muss gucken. Ah, jetzt. Die Lautstärke war nicht aufgeregt. Also man hört jetzt schon leise die Musik. Der Sender ist natürlich ein gutes Stück weit weg. Der ist einen halben Meter weit weg von der Antenne. Am Sender selber ist keine Antenne angeschlossen. Jetzt gehe ich mal mit dem Sender in die Nähe von der Empfangsantenne. Komme ich noch näher. Und wir sehen schon, die LED ist angegangen. Die grüne LED. Die grüne LED zeigt an, ob ein Signal hergeht. Natürlich erst ab einem gewissen Pegel. Und sie zeigt auch an, ob die AGC in die Schaltung eingreift. So, ich habe den Sender jetzt wieder zur Seite gelegt, ungefähr einen halben Meter von dem ganzen Teil hier entfernt. Und was wir jetzt machen ist, jetzt tauschen wir mal den unabgeglichenen Vorkreis gegen einen resonanten Vorkreis aus. Der Vorkreis ist genau auf 27 MHz abgestimmt. So, in einem ganz einfachen und billigen Radio, wenn ihr so kurzweilen Weltempfänger kauft, habt ihr wahrscheinlich einen unabgeglichenen Vorkreis. Also sowas wie hier. Einfach nur eine feste Spule, die den gesamten Kurzweilenbereich durchlässt. Aber halt nicht optimal. Und in einem teuren Weltempfänger, wo ihr viel Geld investiert habt, habt ihr zwei Schwingkreise. Ihr habt einmal den Schwingkreis für euren Lokaloszillator. Der Lokaloszillator bestimmt, welche Station ihr hört. Und ihr habt noch einen zweiten Schwingkreis, der dann umgeschalten wird, je nach Band, für eure Vorselektion, die eben auch die Station empfängt. Und jetzt tausche ich mal die Jumper so, dass wir mal die aktive, in Anführungszeichen, aktiv ist sie ja nicht. Das ist ja der passive, nur LC. Aber diese LC-Kombination, die erhöht jetzt quasi die Empfindlichkeit für die Frequenz von 27 MHz. Ihr werdet gleich einen Unterschied merken. So, also ich habe das jetzt hier getauscht, wie ihr seht. Die obere Spule ist nicht mehr aktiv. Jetzt haben wir hier die Antenne an dem resonanten Vorkreis. Und ich schalte den Empfänger wieder ein. Mal gucken. Ah, da ist an. So, und müsste eigentlich funktionieren. Jetzt ist wahrscheinlich irgendwas rausgesprungen. Ihr kennt ja den berühmten Vorführeffekt. Normalerweise, das ist mein zweiter Take, im ersten Video war es jetzt so, dass der Empfang so gut war, dass die LED jetzt schon geleuchtet hat, obwohl der Sender gar nicht in der Nähe vom Empfänger ist. Und die Signalstärken halt wirklich sehr hoch waren. Aber hier hat wohl irgendwas, ein Wackeler, vielleicht ist der Quarz rausgesprungen, ich weiß es nicht. Ihr kennt ja den berühmten, ah, die Batterie hat einen Wackeler. Okay. Die Batterie war nicht gescheit reingesteckt. Also der 9-Volt-Clip hier oben ist ja die Batterie. Hier, der 9-Volt-Clip war lose. Aber jetzt ist es quasi voll aufgedeht. Ich muss es mal ein bisschen leiser machen, das ist so laut. So. Jetzt hört man es gut. Also ihr seht schon, obwohl der Sender gar nicht mal in der Nähe von dem Empfänger ist. Der Sender liegt nach wie vor außerhalb des Bereiches, in Anführungszeichen, des Empfängers. Durch diese Vorselektion, ja, durch diese Vorselektion, ja, die Vorselektion hier holt enorm viel HF aus der Luft raus. Und ihr seht schon, die LED leuchtet, obwohl der Sender, am Sender ist keine Antenne angesteckt. Der Sender ist nicht in der Nähe des Empfängers. Und dazu haben wir schon so ein starkes Signal. Das kann man natürlich hergehen. Das ist ja auch Teil des Lernens. Teil der vielen Seiten, da wird das alles erklärt. Und kann hier den Vorkreis abgreifen. Ja, ihr seht schon, wenn ich den Vorkreis hier verstelle, wenn ich hinkomme, so. Vorkreis verstellen. Ich drehe hier am Schrauben der. Der Vorkreis ist verstellt. Das geht nicht. Vorkreis abgleichen. Und wir haben hier einen starken Empfang, ein gutes Signal. So. Jetzt kommen wir noch zur AGCS. Es ist natürlich so, ich muss mal kurz hier Pause machen. Es ist natürlich so, dass es viel mehr Experimente gibt. Diese Spulen hier können abgeglichen werden. Man kann sich hier mit dem Sender dann auch mit der Bandbreite spielen. Es gibt Experimente zur Antennenanpassung am Sender. Es gibt Experimente zur HF-Bandbreite und so weiter und so weiter. Es gibt viele Experimente, die man an diesem Superhead-Modul, sag ich mal, machen kann. Und jetzt schauen wir uns die AGC an. Die AGC hat folgende Aufgabe. Bei einem Audiom, bei einem einfachen Empfänger oder auch einem Superhead, muss man die Verstärkung des Eingangssignals regeln. Wenn das Signal schwach ist, wenig Signalpegel, brauchen wir natürlich eine hohe Verstärkung an seiner Vorverstärker. Das ist ein ganz schwaches Signal. Er muss es irgendwie noch wieder verstärken, dass es hergeht. Deswegen macht er die höchste mögliche Verstärkung. Das ist so, wie wenn ihr so einen Audio-Verstärker hättet, das Mikrofon, und dreht dann einfach voll auf, weil er nur ins Mikrofon reinflüstert. So, dann geht es durch die ganzen Stufen. Und jetzt haben wir einen anderen Sender. Jetzt wollen wir hier einen Frequenzer drehen und wollen einen anderen Sender hören. Der Sender ist aber ganz stark. Das ist so, wie wenn ihr euren Verstärker von dem Mikrofon nach wie vor voll aufgedreht hat, aber plötzlich brüllt ihr in das Mikrofon. Wie sich das anhört, könnt ihr euch ja wahrscheinlich denken. Und nichts anderes macht diese AGC-Schaltung. Wenn das Signal zu stark ist, dann nimmt sie dem Vorverstärker Spannung weg und reduziert dadurch seine Verstärkung. Denn wenn der immer noch mit maximaler Verstärkung läuft und durch die ganzen Stufen hier durchsendet, in Anführungszeichen, dann kommt am Lautsprecher bloß noch irgendeine Gekratze und irgendein Gekreische. Nichts Tolles kommt da mehr raus. Und das ist eben diese AGC-Schaltung, die man hier ausschalten kann. Ich kann diesen können rausziehen und somit hat diese Schaltung hier keinen Einfluss mehr auf den Vorverstärker. Der läuft jetzt mit maximal möglicher Verstärkung, egal ob da jetzt ein schwaches Signal kommt oder ob das ein starkes Signal kommt. Und was dann passiert, wenn man diese AGC quasi ausschaltet und deaktiviert, zeige ich euch jetzt. Ich starte wieder die Wiedergabe an meinem Kassettenspieler und dann schauen wir mal. Ich gehe mit dem Sender jetzt in die Nähe des Empfängers. Man hört es leider nicht in dem Vorführvideo. Es wurde sehr leise. Es wurde sehr leise im Vergleich zu vorher. Es kratzt jetzt auch ein bisschen. Leider nicht so deutlich höher, wie das jetzt zum Beispiel von einer echten Kurzweinstation ist. Wenn man jetzt wirklich eine Kurzweinstation hört, wo Sprache ist, dann kratzt die Sprache, dann verzerrt die Sprache. Aber sobald ich jetzt provisorisch das wieder drücke hier oben, ja, es ist leider ein bisschen schlecht zum Vorführen. Leider schlecht zum Vorführen, aber man hört es vielleicht, dass sobald ich das Ganze wieder drücke, der Ton sehr laut und sehr klar wird. Ja, wie gesagt, man kann es am besten vorführen mit einer Off-Air Station, die wirklich aus der Luft kommt, die quasi wirklich gesendet wird. Da sieht man den Effekt am stärksten, weil dann wirklich, wenn eine Sprache da ist, das kratzt bloß noch, man hört es ganz leise. Aber sobald man diesen Pin wieder reinsteckt, ist die Qualität wieder gut und wieder klar. So, ja, das war jetzt einfach eine Vorführung, wo ich mir ein paar Gedanken gemacht habe, wie könnte man quasi in Anführungszeichen einen Workshop machen zum Thema Superhead. Was könnte man da alles bauen? Was könnte man da alles machen? Und das ist eine Version davon, wie man so einen Lernteil zu einem Superhead und zu einem kleinen Sender bauen könnte. So, allerbeste Grüße von Stefan.